Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 8838 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir schätzen die gemeinsame Zeit, die wir hier am Meer verbringen dürfen. Wir schätzen die gemeinsame Zeit, die wir hier am Meer verbringen dürfen. Ich sitze immer auf Papas Stuhl, wenn er nicht zu Hause ist. Welche Beschwerden oder Schmerzen beeinträchtigen Ihre Lebensqualität am meisten? Welche Beschwerden oder Schmerzen beeinträchtigen Ihre Lebensqualität am meisten? Welche Beschwerden oder Schmerzen beeinträchtigen Ihre Lebensqualität am meisten? Ich erstelle Schnittmuster und führe in meiner Schneiderei auch Änderungen an Textilien durch. Ich erstelle Schnittmuster und führe in meiner Schneiderei auch Änderungen an Textilien durch. Ich erstelle Schnittmuster und führe in meiner Schneiderei auch Änderungen an Textilien durch. Respektiere die Privatsphäre anderer, um Vertrauen aufzubauen. Respektiere die Privatsphäre anderer, um Vertrauen aufzubauen. Warum gehst du mir schon morgens so auf die Nerven? Gestern habe ich ein altes Rezept für eine Mokka-Cremetorte ausprobiert. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Für die L American 음식en eines Bundeskantes, eine Lieblingsgesprung zu有 minimum für D niño und für Lütenesplänen. Vielen Dank.